Tigger, die ist jetzt mir. Das war halt nicht wirklich. Ich will sowieso mit der Glock 18. Aber die sieht geil aus, ne? Hm, ich hab dieselbe. Ah, ich benutze die halt nicht. Ey, was ist denn das für ein Team? Ich sag wasch A, einer geht zu B. Muss man hier nicht spotzen? Einer ist squeaky. Kommt hinten rum. Ja Trisky, ich drück nicht rein. Ich hab meine Mausgeschwindigkeit umgestellt. Main, behind. Nice. Toll, der hat den den gekriegt, Alter. Ja, ich hab den auch 75 gegeben. Ich bin einfach an meinem Mikrofon hängen geblieben, ey. Das ist peinlich. Da steht glaub ich nur Epsilon. Forklift. Alter, Mann. Hm, aim. Ja, ich weiß. Ja, einer on spot. Ja, einer on spot. Would tell to be. Ich glaub, die rushen uns von B jetzt aber. Nee, die werden euch von hinten ficken gleich. Diesen Bobby wird's noch ficken. Oh, der hat Glück gehabt. Also, einer könnte doch bei B sein. Vielleicht ist auch mittlerweile ein zweiter da. Gehoziert das verdammte Scheiße. Da bin ich mal gespannt, wie ihr das macht. Ich bin defensiv. Wart hält auf Steps. Oder Schüsse. Einer Seven. Okay. Oh, nice. Nur noch zwei. Defensiv spielen. Headshot, headshot, headshot. Nice. Ihr könnt rennen. Rennen, 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 rennen. Ja, ich kann auch sterben. Gott Job. Du kannst aber auch überleben. Ja. Oder du lässt es. Solang wir die Runde holen, ist alles gut. Und du bist erst aus dem Team. Das ist super. Ähm, was machen wir denn? Du kannst immer machen, wenn ich abgefuckt werde. Autoschrotzwind und dann los geht's. Ohohoho. Es funktioniert aber richtig gut. Du. Du hast Anzeige. Äh. Again, ey. Mal gehen zu wer? Ja, das ist ein Penner. Ich geh durch Quickie. Das heißt, Quickie übrigens. Quickie, Quickie ist mir doch scheißegal. Ja. Du hast ausgelacht. Du hast, du hast wochenlang ausgelacht wegen Quickie. Monatelang. Jahrelang. Ich weiß das aus Erfahrung. Ich weiß, wenn die Leute wegen Quickie, beziehungsweise Quickie die ganze Zeit ausgelacht, dass ich Quickie gesagt habe. Einer ist Y. Nice. Safe. Ist K noch in der Mob. Ist für Arge. K, K, K. Okay. One Car, One Highway. One Car, One Highway. Er, er, er rusht einfach K, er läuft einfach hin, geht um die Ecke, knallt ihn ab. Jetzt hab ich ihn jetzt auf meiner... Nein, meine Misty. Baby, komm her. Ja. Komm wieder. Mann. Ich, ich drück nicht. Ich hab eins zu eins. Und ich drück wie so'n Esel. Ich habe... Ich habe... 86 mittlerweile. Wow. Alles klar. Komm, wir gehst du Loire. Das ist dumm. Ja, geil! Grün hat mich geblockt. Okay. Jo, einer ist Headshot. Ja, einer steht Headshot. Wahrscheinlich vielleicht unspot, aber... Ja, steht Headshot. Will grad abhauen. Ist angehittet. Oh. Lol. Oben am Hazen. Den hat keiner gesehen einfach. Aber Hauptsache unsere Bombe ist Solo bei A und da ist wohl keiner, ne? Und die denken wahrscheinlich jetzt, dass wir B planten. Angst haben, dass das schief geht. Oh, nettes Sandmash. Er nimmt M4. Der sucht weg. Oh, die haben einen AFKler. Er knifft ihn jetzt auf. Das finde ich immer so toll. Einfach das einzigste gestorben. Ey, jetzt spielt sich die Musik nochmal ab. Was ist denn das für ein Prank? Was? Ich habe irgendwie so einen Bug, dass ich die Musik irgendwie nach einem Sieg und dann der letzte wird irgendwie noch gemessert. Dann spielt sich die Musik bei mir zweimal ab. Diese Endmusik. Ey, diese Endmusik. Let's call my brother. Ob ich einfach keinen RAR, aber das war richtig der Prank. Denk dran, jetzt haben sie Waffen, jetzt werden sie auch zurückschießen. Ja, ich mein... Ich wollte jetzt eigentlich fragen, ob ich boosten soll, aber... Ja, es ist zu spät. Smock mal hinten, äh, Epsilon. Hast du diese Smoke von mir gesehen? Ich habe mich selbst gesmockt. Und wir sind immer hinten drin. Oh, scheiße. Wer hat denn die Flash geworfen? Oh, ich weiß nicht. Ja, nee, nee. Ich mein, der andere Maid. Wer war das? Idiot, stell sie einfach neben mich und wird das Flash vor die Fresse. Epsilon. Hotel to be. Einer links, äh, links. Rechts von mir ist einer. Da ist er da in der Ecke, oder? Hä? Ja, sag ich ja. Ja, warum hängt mein Sp... So. Was sagt er dir? Ja, klar, ich hab 103 APN. Da hab ich wieder... Okay. Wo sind die? B is clear. Ist, äh, keine AFK, oder? Doch, einer von denen ist aber AFK. Ich weiß auch nicht, ob er noch AFK ist. Amk, ich wette, der versteckt sich hier noch. Nee. Okay. Awe, warum? Was, wie, Awe? Wo? Hm. Einer von uns hat Awe, nicht du. Ach so. Vielleicht Boost? Dass er sich oben am Boost versteckt? Hat der grad Meng... Junge, die... Die Leute, die sich kein Mikrofon leisten kann. Das ist eh in unserer Base. Das ist auch nicht sehr gut, obwohl ich ein Razor headset hab. Dein Mikrofon ist scheiße. Meins? Ja. Ja. Oh, immerhin versteht man dich im Gegen... Das liegt aber... Das liegt aber hier, weil ich das, äh... Über meine Boxen hab ich so'n Adapter. Daran muss ich das festmachen, weil das... Hallo? Okay. Bist nur lauter geworden. Hier liegt nah... Okay. Da will einer... Eine Narbe. Diese Leute, die einfach mitten, wenn dein Team losrennt, vor dir stehen bleiben. Naja, das mach ich auch gerne. Bin mal oben Boost, ne? Jo. Ich hab zwar AK, aber scheiß drauf. Ich glaub einer kommt von Squeaky. Okay, nicht mehr. Einer kam. Der hatte mal eine AK, der direkt... Wow! Oh scheiße, scheiße, hinten... Ah fuck, der kam hinten aus seiner Base da, in dem Tunnel. Weiß immer noch nicht, wie das heißt. Gerade? Ja, genau. Glaub ich. Also in der Mitte da. Recht von mir. Das sind meine Mates. Oh, nice. Er hat mich halt oben von Boost ins Head runter geholt. Von Boost... Also hier hinter, so da. Oh. Ja, ja. She's an 8. Ich liebe es. Ja, der müsste vorklift sein. Dafür scheint A safe. Seid an Epsilon ist einer. Ne, A safe. Nice. Was geht dir? Denken wir schon. Oh. 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 In die Awe. Oh, es war ein Ace. Haha. Jo. So. Oh. SP. Ja, im Aum. Moment in der zu B. Jo. Oder allgemein. Ein Connector. ja er hat um einer noch gut okay ich glaube einer von der hat necke oder so was eigentlich dürfte kein geld für so was haben das war ich hier brennen wir den mal oben auf den hafen raus haben er hat das auf jeden fall einer mit m4 und ich glaube hinten einer in der hat und connector wir sind glaube ich die letzten beiden die noch leben ich bin tot letzter kommt über den lüftungsschacht hinter dir da hättest nicht spielen dürfen einfach nur stehen und schießen dann hättest du den locker das ist während du schießt nicht springen einfach ehemeln stück die kürzene halten wie manche spieler es machen die laufen bleiben eine millisekunde stehen und treffen mit einer arme aber wenn ich das macht das funktioniert irgendwie nicht weil die arme dann einfach noch nicht still hält weil die arme dann einfach noch nicht still hält da 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 schaff ich nicht mehr dabei ich mag die Gegner man kann auch übrigens dafür gebannt werden wenn du so oft einen gegnerischen Teamkameran anschauen ja ja wir haben teilweise einfach nur noch zwei spieler oder 30 spieler im Team weil bei uns high five deswegen ist das nicht optimal er läuft natürlich voll rein oh heaven 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 einer kommt von t ok ohne macht spaß report me will hoch in heaven schmeißen geh so näher ran von der plattform von headshot und was passiert ich fall runter und fähl die fähl die fähl die äh fähl den molotov das ist mein erstes match heute ist und ich 14 2 stehe finde ich ist das eigentlich eine gute statistik ich stehe einfach 5 4 ich hab 16k ich muss mir was kaufen aber ich hab alles scheiße ich hab mir den taser kaufen können kannst du mich wussten oh man ey das ist die schlimmste bestrafung für jemanden wenn ich mit dem taser kill meistens sind es leider team jetzt die ich mit taser kill und ca was ihr kennt went when to save headshot ist halt höchstens einer äh heben nicht headshot Smolk! Plant in! Arm has been planted. Alter, das wird ein Free Wind. Nein, wir haben die bitte die eine Runde gewonnen. Ja, da hab ich dich getroffen. Ja, ne, das war die Runde, wo ich dich nicht getroffen hab. Stimmt. Ich hab vorher nicht getroffen, sonst wär ich. Rasskabarisch. Rasskabarisch. Wenn er mich gleich umlegt, ne? Alter, ich nun die Runde jetzt einfach mit Shadowplay. Oh, verdammt, 17-2, das kann ich nicht. Hure, das muss ich hochladen. Das kannst du gerne machen. Okay, dann ist gut. Nein, nein, das geht zwar nicht. Ich sag dir, so aus Prinzip krieg ich jetzt... Das ist einfach 16k. Was? Das ist einfach 16k. Ja, ich hab 17-2, ich sterb nicht. Oh, ne? Hättest du Wurst? Ja. Wenn ich jetzt ne Arbeit reinkrieg, bist du schuld. Ach, unser Team ist doch ja schon. Ich hab' den Ich hab' den Ich hab' den Rush halt' Solo, Arne. Ja, ja, bei den Gegnern macht das nichts. Ja, so ist wieder leer. Was ist das bitte? Komm A, A ist safe. Ah ne, einer ist K. Ah. Ah. Okay, mach mal. Jo, Onspot. One Onspot A. Er hat M4. Ah, jetzt hat er meine AK gehabt. Der kleine Klicksack. Ey, hinter dir ist nur ne Arve, ne? Glaub ich. War glaub ich nur ne Arve. War das seine Flash? Ja, das war seine Flash. Arm ist geplant. Planted. Es? Ich hab doch gerade eben Arve before gehört. Wann denn? Das war mein Mate. Dude, dein Mate ist tot! Er ist tot! Da liegt nur rechts links nur ne Misty. Ja, ja, ich lass' es mal grad. Ist bei mir einfach immer so ne. Am Anfang, erste 2 Runden, bin ich Team Bester und dann komme ich einfach zu dem Schlechtester. Schöner, K-Scan. Einer kommt noch vom K. Ne, ich werde ihn in die Luft bringen. Prost. Der noch den Kills netten wollte. 20-2. I love this game. Mach mal ab. Und kommst du mir nix, wenn ich Awe gehe? Kennst du deine Teammates, deine Pre-Mates, die einfach dann drei Leute Awe kaufen und dann dann zur dritten Mitte gehen? Ich liebe es. Solche Leuten muss ich spielen. Ja, wir streuen auch gerne rein mit fünf Awees. Bin schon wieder allein bei. Ja, das ist schon richtig, aber... Leute, steht hier schon einer. Die drücken halt so wie so eine Kartoffel auf Eis, auf Butter. Ja. Okay, ich glaube man hört, dass ich noch nichts gegessen habe. Y müsste der sein. Ich bin für lange. Aber der vorne bin nicht da hinten. Ich bin für lange. Äh, für Main. Verzeihung. Wo ist der letzte? Ich kämpf K auf CT ab. Der letzte ist irgendwo bei W. Na ja. Das ist weg. Und zwar... Ich habe keinen MVP bekommen. Was sind das für... Ich habe allgemein nur drei MVPs. Das ist ja ein richtiger Prank. Die armen Gegner. Ey, die... Das von denen ist keiner über... Keiner ist Nova. So wie die drücken... Also... Ich habe wie gesagt mit Silbern gespielt. Und wir haben ein Nova 4 bekommen. Und ich bezweifle, dass einer von den Silbern den angelockt hat. Da ist auf jeden Fall einer, glaube ich, Garage. Lol, der war niemals drüber, den ich gerade geschossen habe. Niemals. Nie, niemals. Ich reporte mich selber. Ja. Ich war... Ich bin ab... Während ich weggerannt bin, habe ich den Kill bekommen. Niemals. Nice block. Woa! Irgendwo! Oh scheiße! Oh man, ich hasse das, wenn du die Gegner nicht siehst. Und mich halt irgendwer aufs Demand schreiten, oder? Oh! Hey! Das Geburtstagskind hat mich aufs Demand geschrieben. Ich sag ihm mal also... T... Es kommen. Shit, don't see, sorry. Was?! Du Loser! Ich mach kurz mein Rollo runter, verdammt! Hatten wir gestern auch, ne? Wir haben so hart verloren, ne? Und dann sagt... Wir haben halt ne Runde gewonnen. Dann sagt er so RIP 16-1 Und dann sagt er so RIP 16-2 RIP 16-3 RIP 16-5 war's dann am Ende. Hallo? Hallo Jannix! Hallo Jannix! Ich hab grad meinen Carry hier dabei. 起 Ok. Er hat ein Thursday übrigens. Alles Gute. Bin klar. Nein, 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 ich erholen so ein Fest nicht mehr dann wieder. Ach, das war die rechte Hunde, oder? Ja, Mann. Janik war auch mal gut. Scheiße, einer Main. Oh, wieviel Abos? Äh, ca. 400 oder so war das. Ist doch nice. Aber wenn keiner gelöscht, weil ich keinen Bock mehr auf Infos machen hatte. Tja, deswegen mach ich Gameplaced, die richtig geil sind. Ich weiß, ich hab mir schon ein paar angeguckt. Ja, komm, ich hab 23, 4, das ist... Ach, halt deinen Maul! Nein, ich mein nur... Ich bin zweimal hintereinander unnötig gestorben. Ich wusste, wo der Gegner ist, aber ich hätte nicht. Ich hab innerlich geweint, weil du nicht mehr auf Skype-Online warst. Ich hab innerlich geweint, weil du nie auf Skype-Online warst. Ja, ich will als Hilfer grad essen. Ach, nein! One Heaven. Der hat einfach zwei hübschen untereinander. Ach, die Scheiße. Die machen jetzt ein Comeback. Ja, die kriegen jetzt volles Comeback. Und jetzt steht's schon 10-3, Alter. Zwei Runden ineinander gewonnen. Ich spier's AK. Später mit meinem Sam Smurf. Natürlich. Hey, denkst du, ich hab Bock gegen Master Guardian zu spielen? Geht sogar gar nicht. Mein Smurf ist unranked, aber zielt Master Guardians gerne mal an. Das ist irgendwie... Ja, hat schon gegen Master Guardian mit seinem Smurf gespielt. Sag dich doch. Ja, aber die Gegner hier, die drücken gar nicht. Oh, ich drück zu... Gut, aber... Ne, ich sag mir einfach, die Gegner drücken gar nicht. Oh Mann, ich will endlich abkommen. Ich brauch mein Wildfire-Drop-In-Pick, Mann. Einmal Fire, 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 Fire. Also, es sind auf jeden Fall welche A, weil die haben gesmoked. Ja, wenn keine bei A sind, dann... Oh Gott, da kommt die Nate durch. Gut, ich muss auch so sagen, ne? Ich glaub, das juckt uns nicht. Äh, einer ist Y mit ne Awe. Ja, das ist meine Awe, die will ich zurück. Ja, hast du ne Nate? Ah, okay. Ja, ich hab ne... Ja, wow. Ich glaub, ich glaub... Nein, hier ist einer durchgekommen schon! Alter, den hast du gar nicht gesehen, der hat mich durch die Smoke erschossen. Der ist arm aus. Ich bin squeaky gewesen. Ah, okay. Schau, die Meister zu mir, verkackt. Alter, ich krieg grad voll das Comeback. Aber einer von uns... Bist du mal fertig, Gegner? Nimm mal eine Acker, nimm mal eine Acker. Die ist doch viel hübscher. Ich, ich liebe es, wenn Leute beim Prefire ihr ganzes Magazin ausschütten. Äh, das ist das dümmste, was man machen kann. Drei Schüsse Prefire, viel... Okay, alles gut. Aber das ganze Magazin Prefire, das ist selbst... ... und ich kaufe mir jetzt ne Negev. Ich kann nicht mehr ne Negev. Alter, du... Du Basta, dich Knife weg. Du hast ne Negev weg. Ein schöner Cast einfach in den Dreck geworfen. Hey, hey. Geh weg! Nein, weg! Ich kann nicht... Warte, soll ich die wussten? Ich hab ne Negev, lass das lieber. Ey, die Ruffu ist grad in der Mitte, ne? Oh. Ich glaub da Leute und von uns hier weg holt, glaub ich. Ich mach immer so Fingershot, Alter. Ich seh halt die Bombe vor mir. Hab Bombe. Okay, einer ist bei B, das heißt lass es zu A gehen. Ach, ach! Da oben ist er! Komm, 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 komm! Komm zum... Wo oben? White Box? Hier, äh... White... White... Ja, er hat mich getroffen. Da kommt einer... Kommt einer durch... Wend, glaub ich. Du wirst grade geflasht. Scheiße. Ich flashe nochmal. Du wirst nochmal geflasht. Scheiße, ich werd nochmal geflasht. Junge, wenn ich sag, ich werfe zwei Flashes, dann flashe ich dich zweimal. Nein! 48 und 2, ist rechts von dir. Lädt nach. Sauber. Einer noch, der müsste Wend sein, du kannst bei A blenden. Alle Angaben sind ohne Gewehr. Ein Plan für Main. Weißt du nicht wo es ist, oder? Nein, 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 kann ich nicht. Okay. Ich mach für Epsilon. Der K! Der kommt K! Der kommt K! Der kommt K! Ich glaub das ist ein Decoi. Good Job. 25.5, 5er KD in CSGO, dass ich so jemand sowas haben würde. Hätte ich nicht gedacht. 10.1.8, ja. So. Get. Carried. Let's win this shit. Machen wir bei der A? Kannst mir eine 5.7 droppen? Kann ich machen. Wir haben entweder einen AFK oder einer, der sich nicht entscheiden kann, was er kaufen soll. Bei einer Pistol-Wand ist es schwer, sich nicht entscheiden zu können. Scheint. Wie stelle ich mich am besten hier bei dem Gabelstapler hin? Oh ja, das weiß ich auch nicht, da stelle ich mich irgendwie random hin. Ich kriege immer da auf die Fresse, das wird übrigens ein B. Ich bin tot. Was? Ich bin tot. Oder? Oder? Also ich lebe noch, aber ich habe noch sechs Leben. Sauber. Kennst du diese Leute, die einfach in der Ecke auf dich warten? Wo ist denn die Bombe geblendet? Achso. Ja, kommt noch einer, kommt noch einer, ne? Nee. Das ist Sascha, der kommt noch. Sascha. Drück mal Tab. Ja, ich bin behindert. Ja? Lammatun ohne Zwiebeln, ohne Chili. Ja, ohne Zwiebeln, ohne Chili, finde ich auch. Oh gut. Ich habe die ganze Zeit gesagt. Ja, was? Hallo? Lukas kann mitmachen. Lukas kann oder will? Er will auch, weil er keinen Bock mehr auf Dennis hat, weil er irgendwie als rumwänt und so. Kann ich verstehen. Warum? Ey, wird das wieder B? Nee. Erinnerst du auf jeden Fall bitte. Aber ich gucke euch mal zu. Guck mal, wer ist in diesen Demon? Weil er zu, ich habe gehört, der hat 26, 5. Ah, nein, nein, Main ist nicht safe. Main ist safe. Ich habe gehört, das bist du. Wie kommst du auf diese Erkenntnis? Ich bin nur einer Dämonenreiter, heißt dein Smurf. Das ist jetzt nicht verwesstet, wie dein eigener Smurf heißt. Du heißt dein YouTube-Channel, so heißt du und hählst. Ja, also nicht so wie hier im... Aber hier heißt er einfach Dämonenreiter. Ja, stimmt. Mein Smurf ist einfach deutsch. Weil ich ein bisschen perverser. Äh, die holten so eine Amus ausgeträgt. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ah, nimm. Jetzt A-Queen. Ja, ich glaube, das hat er rausgefunden. Nee, echt. So schlau ist er nicht. Ja, komm, ich sterb gleich durch den Vlog. Oh, yo. Ja, die schaffen das. Äh. Ja, ja, ich habe ihn gerade abgelenkt. Ich habe zwar nicht gerettet, aber ich sage mir, es war Ablenkung. Schafft er das? Ich habe mich eigentlich verarscht. High five, möchte jemanden high five? Nein, nein, nein. Das ist einfach so eine easy round. Gewinnt ja richtig easy, Alter. Was ist mit euch? Ja, guck dir einfach den ersten aus unserem Team an. Ja. Ja, das wäre einfach du. Erst aus unserem Team 27.5. Ich habe auch schon in den Chat geschrieben, Get Carried. Ich bin auch noch nicht eingespielt, ne? Also nicht wunderbar, wenn ich ein bisschen kacke will. Ja, ich habe heute auch, das ist auch meine erste Runde. Aber ich kann sagen, du spielst aber gar nicht mal so schlecht. Ich hätte dich schlecht eingeschätzt. Also, so. Also, weiß schon. Du spielst besser, als ich dachte. Soll ich ticken? Ne, ne. Spiel defensiv. Wobei, 14. YOLO, die können eh nichts. Squeaky clear. Nein, Alter. Das campen die wahrscheinlich alle spawnen. Die haben einfach keinen Bock mehr. Das ist unsere Taktik. Wir haben teilweise vier Runden hintereinander im Spawn gecampt und einfach vier Runden geholt. Alter, dieser Sultan, der kann ja auch überhaupt nichts, Mann. Oh, das wird ein 2 versus 5. Das bin ich. Ach, nee, das bist du. Oh, Mann. Nicht überheben. Ich prank sie einfach, dass ich... Ja, nee, die Runde haben die. Ah, fuck. Der kam von CT. Ja, fuck. Nicht gesehen. Das wird jetzt wieder das Comeback. Ach, komm, ich mache AWP. Oh, die sind Farmer-Spieler. Was? Oh, die sind Farmer-Spieler. Ja, normal spiele ich gerne UMP, wenn ich noch eine Spawn mache, aber... Meistens wird, äh, rumge-make-up von meinen Mates. Der ist richtig pissed auf uns. Du bist, äh, Master Guardian Elite oder was? Master Guardian 2. Oh, shit. What's going on, man? Alter, die sind Nate. Nichts, guck mir nicht zu. Und er ist mal auf dem Team auch geschossen. Ah, fuck, der sitzt um am Booster. Mit Wielern B. Nee, das ist einer bei A. Bombe ist A. Nee, das ist bei A. Yolo. Bei A. Einer sitzt man. One Booster. Neste, ich bin eher auf CSGO-Profi anzeigen, was kommt. Oh, nein. Wer hat A, der hat A, der legst du. Geisel. Alles klar. Nein, hol die Arfe, hol die Arfe. Hol die Arfe. Hol die Arfe. Digga, mit dem 3-6-D. Hey, willst du mich verarschen? Was denn? Gibt's ihn verhalten, oder gibt's ihn nicht? Du hast 200 CSGO-Stunden und bist Master Guardian 2. Ja. Wie geht das? Also künstlich einfach eine Aufnahme. Ja, er ist einfach gut. Er steht nicht umsonst, 29-6. Ja, aber man ist ja nicht von einfach an gut. Ja, deswegen hab ich auch 200 Stunden. Ja, aber ich hab auch fast 200 Stunden und bin Gold 1, Mann. Gold 1. Ja, wie er sich drüber kaputt lag. Ja, gut, aber die 100 Stunden davon hab ich auch nur Community-Matches gespielt. Ja, ähm, lernt trotzdem aim, das ist es ja. Egal, was du machst in CSGO. Wenn du irgendwie da aimen musst, dann wirst du auch besser. Ey, ich hol den jetzt durch die Wand, verdammte Scheiße. Ich meine, diese Leute, die bei Squeaky hinter der Doors sind, einfach durch die Doors trainen. Antworten einfach. Was kommt eigentlich nach Gold, äh, Master, kack, äh. Legendary Eagle oder so. Ich glaub, ich glaub, er verpistet sich. Ah, nein, 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 nein. Ach was. Ja, jetzt nicht mehr. Okay, Tim, das war richtig scheiße. Was? Da stand er mit der AWP da oben und hatte ich das erste Mal nicht getroffen, du bist auch noch nicht weggegangen. Von wem redest du? Von Temp. Ach so. Oh Mann, ey, ich hasse das, wenn die sich von hinten reinschleichen. Dieser Dämonenreiter einfach immer noch überlebt. Nice, wir haben gewonnen. 16-4 gewonnen. Wow, ihr deckt 9, Warmi-Mesh. Geil. Oh ja, deckt 9, Warmi-Mesh. Ja, 3 Set reichert. Wie sollte die sich so richtig carryen lassen, Alter. 30 Set. Ey, ich hab gar nicht schlecht gespielt, war nicht schlimm schlecht. Haha, diese We- Oh, die Gegner hatten auch einen Smurf, oder? Wir Gola? Nee. Nee, das sind's. 33 Stunden, der war ein- Nee, okay, wir sind ja wie- Wir spielen auf Silber, scheiße. So. So. So.